Musik Am 9. September 2023 fand der lang ersehnte Wandertag des Sportschützenvereins Die Taube aus Weiden berechnet statt. Dieser Verein, der im Laufe der Jahre eine beeindruckende Mitgliederanzahl von etwa 160 Personen erreicht hat, vielleicht nicht nur die Skisporttradition, sondern auch das gemeinsame Erlebnis in der Natur. Der Startpunkt für das Abenteuer war der Sportplatz des SV, die Allee in Zuberbach, wo sich rund 80 Vereinsmitglieder versammelten. Von hier aus brachen die Wanderer in die umliegenden Wälder auf, begleitet von strahlendem Sonnenschein und einer angenehmen Brise. Entlang der Strecke waren zwei Labestationen eingerichtet. Die erste befand sich am idyllischen Fischsteich im Miedlingsdorf, wo die Wanderer eine kurze Pause einlegten und sich erfrischen konnten. Die zweite Station war in Bodler, wo sich die Teilnehmer erneut stärken konnten. Nach etwa zwei bis zweieinhalb Stunden Wanderung kehrten alle Teilnehmer gesund, munter und in bester Laune wieder zum Ausgangspunkt, dem Sportplatz des SV, die Allee in Zuberbach, zurück. Hier erwartete sie ein vorzügliches Mittagessen, bestehend aus köstlichen Koteletts oder herzhaften Käsekreinen, serviert mit verschiedenen Beilagen. Diese Mahlzeit war nicht nur eine Belohnung nach der erfolgreichen Wanderung, sondern auch eine Gelegenheit, sich in geselliger Runde auszutauschen und das Erlebte zu teilen. Ja, von meiner Seite ein herzliches Grüß Gott bei der Vereinswanderung vom Sportschützenverein Taube. Wir machen heute erstmal eine Rundwanderung, das heißt wir starten hier beim Sportverein der Allee Zaube und kommen wieder hierher. Die Runde geht gerade auch nach Miedlingsdorf zum Fischreich, da gibt es eine kleine Labestation, dann geht es weiter zum Ziebrunnen. Dann werden wir vielleicht auch noch einmal kurz aufholen, durch den Wald zurück, weil die Kirche kommen wir raus und wieder daher. Herzlichen Dank beim Sportverein der Allee Zaubebach, dass wir da sein dürfen, dass wir uns versorgen werden. Es gibt Köstlichkeiten, allerhand Gegrilltes. Das Wetter ist wunderschön, schön, schön sprechend, ich würde sagen, um halb zehn starten wir. Es hat noch jederzeit, dass er was trinkt, austrinken und dann gehen wir es an. In diesem Sinne, viel Spaß, viel Freude und gute Unterhaltung beim Vereinshandeltag. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Händchen halten. Vielen Dank. 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 . Bye. 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 Bye.